Wir sehen das nur, wenn du heute im Nationalpark gehst und eine Wiese anschaust oder hier bei uns auf einer Raut oder auf einer Wiese. Das ist ein großer Unterschied, weil die Biodiversität hier ist größer, weil du vielleicht einen anderen Einfluss hast. Wir haben zum Beispiel die Kühe, die sind bei uns acht Monate im Stall. Die gehen jetzt raus, Juni, Juli, August, September, Oktober, also fünf Monate und die restlichen sieben sind bei uns zu Gast. Also der erste Schneefall? Nein, nicht unbedingt, also der erste Schneefall kann, also als ich noch ein kleiner Bub war. Zwischen Oktober und Januar. Also da hatten wir einmal im Monat Schnee, also so in den 1960er Jahren. Auch so im Sommer. Diese Platte hier darf wegen den Brandschutzvorschriften nicht mehr, ja, weil wir, also mit Kochen haben wir hier Mühe, weil wir die Wärme nicht dran bringen. Und früher war das dünner. Ja, aber da bin ich schon noch dran dran. Weil wir heute, wir haben hier ein, siehst du da, man umschaltet auf Heizung und dann geht es über die Zentralheizung. Aha. Und die Zentralheizung, die geht über den Speicher von, wo wir ja vorher reingekommen sind. Ja. Das ist Tag, das ist ein, 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 ein. Ja, das ist ein Laardag. Genau. Ja. 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 Ja.